Hey, hey, moin, ihr kockzerbrechenden, kopfsuchenden Bohrer, Zerstörer oder wie auch immer, keine Ahnung. So, grüß euch, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kockanoid, wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht warum. Vulcanoids, ja, wir haben am letzten Mal verlängert und wir wollten ein bisschen umbauen. Wir sind ja sowieso, glaube ich, unter der Erde, ne, genau. Also, wir haben fünf Minuten knapp noch bis zum Vulkanausbruch, deswegen würde ich sagen, wir fangen erstmal an, ein bisschen umzubauen. Da wir ja Module haben, die jetzt zwei breit werden und wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wir wollen die gerne ein wenig umplanen. Die Raffineriestufe 2 zum Beispiel, würde ich sagen, genau, wir haben nämlich hier schon die Zweierstufen alle hier. Ich würde auch die Kohlekraftwerke 2 mal mitnehmen. Haben wir sonst was mit zwei hier? Unser Frachtraum, jo, das kann mit. Also, kann nicht nirgendwo insolviert werden, Inventar ist nicht leer. Oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung, hab ich vergessen. Äh, Kohlekraftwerk. Das kann natürlich auch hier oben hin. Das Zweier. Das ist das Einer. Im Prinzip können wir alle hier machen, ne, auch. Alle Kohlekraftwerke. Wir haben noch ein weiteres Kohlekraftwerk. Okay, ich würde sagen, hinten können wir auch nochmal eins oben machen, dann haben wir insgesamt fünf Stück. Quasi sechs mit dem Zweier, ja dann. Dann packen wir es mal da hin. So. Gut, wir haben jetzt noch die anderen. Fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier das Forschungsmodul. Ach, guck mal, der überbrückt das dann so. Das ist ja super praktisch. Und dann machen wir hier. Genau. So. Das brauchen wir ja nicht. Wir haben natürlich Waffen, die ich wahrscheinlich auch hier platzieren werde, um so ein bisschen zu schützen auch. Warte mal, dann würde ich das vielleicht hier zwischen machen. Hier so hin. Und dann hier die Waffe zwischen. Vielleicht. Kann ich das einschalten schon? Ach so, das ist ja eine Oberfläche. Logisch, klar. Gut. Unser Inventar ist nicht leer. Huch. Das Spiel lädt. Ähm. Spiel. Oh, oh. Ich dachte schon. Ja, wir müssen ein wenig gucken. Wie kriegen wir das denn? Ähm. Unser Inventar ist nicht leer. Ich sage mal nicht, wir müssen alles da rausnehmen. So, warte mal. Ich packe mal hier ein bisschen was rein. Ich packe aber erst mal alles da rein. Einfach jetzt spontan. Um einfach mal zu gucken, wo der das gleich hinpackt. So, das packe ich auch mal da rein. Und dann gucken wir mal, kann ich das abreißen einfach? Äh. Ah ja, okay. Wir haben alles in der Tasche. Okay, dann müssen wir uns gleich wieder einsortieren. So, Frachtraum würde ich nämlich dann vielleicht hier drüben platzieren. Erst mal. Hier so. Einfach hier so. Den großen. Den großen Frachtraum. So, ich platz hier mal da ein paar Sachen. Ähm. Gut. Wir haben ja letztes Mal auch Waffen gebaut. Und wir können ja jetzt hier rücklicherweise ja auch glaube ich MP Munition bauen, wenn ich das richtig rausgefunden habe. So, da wir ja jetzt endlich die Ressourcen haben, die wir brauchen, wie diese Barren und so. Diese Lampe stört mich, dass die da sitzt. Ich muss die mal umbauen. Warte mal, ich mach mal hier hin. So, ähm. Genau. So, wo haben wir denn jetzt die Klamotten? Äh, hier. Denn wir wissen jetzt, wie wir auch Barren herstellen können. Nach, keine Ahnung, etlichen über 30 Folgen hat der ja endlich mal rausgefunden, wofür der Kupferschrott und der Stahlschrott ist. Wow, er ist der größte. So. Äh, wo hab ich denn jetzt? Ach, hier. Genau, das kann ich auch mal alles mitnehmen. Können wir nämlich ein paar Dings herstellen. Sachen sind ja aus, ne? Äh, hallo? Oh, das Spiel leckt ein bisschen. Da müssen die auf jeden Fall noch dran arbeiten. Das ist noch ein bisschen tricky, tricky. So, aufwerten. Ja. Machen wir so 80. Mal gucken, ob das, uh, mal gucken, ob das klappt. Wenn ich die Sachen jetzt gleich hier reinpacke. Ich glaub zwar nicht, weil wir haben nicht genug. So. 120 Inventarplätze? Hä? Wie 120? Warum 120? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Da steht doch 72. Das ist mir ein Rätsel. Warum haben wir 120? Ich meine, gut, der Weg wird auch immer ein bisschen länger. Hä? Warum ist der Kippen da oben? Hä? Ja, ich weiß, wie schön das hier aussieht. Käpt'n. Bleib unter der Erde. Ja, ja. Wieso haben wir eigentlich davon zwei Stück? Können wir den hier theoretischerweise abreißen, oder? Woher kommen da... Huch. Wollte ich eigentlich gar nicht. Nein, ich habe Escape gedrückt. Nein. Es hängt ein bisschen, ne? Zwischendurch. Ist ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, warum er jetzt so im Modus ist. Brauchen wir das Periscope eigentlich? Bin mir nicht sicher. Ich würde das erstmal wegnehmen, um Platz zu sparen. So. Warum ist das denn blau? Hä? Was ist denn hier los? Warum ist das denn jetzt blau? Stufe... Stufe 2. Achso, das ist ja breiter, ne? Stimmt ja. Ähm... Ich packe das Periscope mal eben weg. Uff, der Weg bis hinten. So, ähm... Wo packen wir das denn mal rein? Da ist eins. Gute Frage. Ich packe das mal hier rein. So. Gut. Ähm... Ja, ja. Der Kitten ruft an. Warum auch immer. Was will er denn von uns? Der nervt. Ähm... Haben wir denn noch Waffe? Warte mal. Wir haben jetzt hier eine Waffe. Ein MG. Oder ein Geschütz. Ein Pistolenturm. Hier haben wir einen Pistolenturm. Da haben wir Schrotflinte. Wir haben aber, glaube ich, noch einen Schrotflintenturm, oder? Hatten wir nicht zwei? Ich guck mal eben. Äh... Wo haben wir es denn? Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Äh... Wo haben wir denn die Sachen hingelegt? Hier drin? Nee. Hä? Hier? Nee. Nein. Äh... Mach mal an, ne? Ähm... Ich war hier mal eben. Hatten wir nicht noch einen Schrotflintenturm? Alter, das Spiel leckt. Ich weiß nicht, warum. Ich dachte, wir hätten noch einen Schrotflintenturm. Hm. Das heißt, wir haben auf der Seite quasi nur einen... Nur vorne, ne? Nee, eine Mitte. Hier haben wir zwei. Dann da. Und hier... Doch, und hier den. Das heißt, wir brauchen im Prinzip hier in der Mitte, glaube ich, nochmal einen. Weil wir da drüben zwei haben, würde ich links nochmal einen wegnehmen. Nur zur Vorsicht. Den hier, den würde ich vielleicht hier entpacken. Äh... Hier. Genau. Äh... Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar mehr bauen. Weil wir können ja ein paar mehr herstellen. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, ein paar mehr... Äh... Ja, war klar, dass nicht mehr da ist. Egal. Ähm... Ein paar... Was wollte ich gesagt haben? Wir haben ja genug Ressourcen für weitere Türme und so, ne? Das muss, wenn dann... War das hier? Ja... Granatwerfer-Modul ist natürlich ein Traum, ne? Viermal Kupfer-Waffenbestandteile. Können wir den... Können wir den Munition dafür herstellen? MP-Turm-Munition? Ich glaube, können wir... Doch, hier. Granatwerfer-Turm-Munition. Uh... Uh... Oder Granatwerfer-Turm-Granaten. Können wir herstellen? Würde ich vielleicht mal... Oh, eine Rüstung. Die stellen wir her. Ähm... Gute Rüstung sogar. Äh... Was wollte ich gesagt haben? Jetzt haben wir hier keinen Lager, ne? Egal. Äh... B-B-B-B-B-B-B... Belebenswegezeug... Was haben wir hier? Oh, Sprengstoff! Alter Schwede! Stimmt. Die Säge, ja. Ähm... Dann lasst doch mal gucken. Können wir... Das Modul herstellen? Eisenplatten zweimal... Und viermal Kupferwaffenbestandteile. Eisenplatten. Zweimal. Eins, zwei. Hupferwaffenbestandteile sind hier. Waren, glaube ich, sechs, ne? Ja, dazu muss das aber ausgefahren sein, dann können wir das herstellen. Okay, die Munition machen wir natürlich auch. Wegwerfgranaten. Wegwerfgranaten? Ah, ne, Werf... Werfergranaten, wieso... Hä? Was brauchen wir dafür noch? Eisenplatten. Stellen wir mal her. Gott, warum haben wir, ne? Weil, wenn wir schon die Türme bauen... Vielleicht baue ich sogar zwei für zwei Seiten. Muss ich mal gucken. Ähm... Ich weiß es gar nicht. Wir sind, glaube ich, auf der Hauptinsel, ne? Ich würde auf der... Also auf der Startinsel. Ich würde tatsächlich auf der... auf der Startinsel auch bleiben. Denn... Ähm... 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 Denn dort haben wir die Möglichkeit, erstmal viel mehr die Grundressourcen, um unser Schiff auszubauen. Ich würde auch erstmal eine gewisse Zeit jetzt erstmal, wie gesagt, hier bleiben. Was? Drillship-Landestelle ist besetzt. Was? Kann das denn sein? Wieso ist unser Parkplatz besetzt? Was ist hier los? Kann doch nicht sein. Okay, dann, ähm... düsen wir mal zurück. Wo auch immer hin. Mal gucken. Der Hafen. Jawohl. Ehre. Ah ja, und wir brauchen Ressourcen, ne? Uns ist das letzte Mal, äh... aufgefallen, dass wir kaum noch Ressourcen haben. So. Hui! Hui! Ähm... Genau, warte mal, wo ist denn jetzt... Ach, jetzt muss ich ja wegen Frachtraum immer hier hin, ne? Jetzt muss ich erstmal behalten. Wo ist denn unser... Da, das nehmen wir mal mit? So, Granatwerfer-Turm, Granaten haben wir 260 schon. Und das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Tour. So, dann... Lassen wir unser... Ist natürlich scheiße, ne? Weil wir nur hier eine Waffe haben und hier ist halt nichts, ne? Aber wir müssen das einschalten. Uff. Jetzt haben wir da eine Waffe. Aha. Mal eine an. Müssen wir das natürlich aktivieren. Haben wir denn die Kohletür mal aktiviert? Natürlich nicht, ne? Oder sind die aktiviert? Ja, sieht doch schon mal viel geiler aus. So, da sind die Kohletür mal aktiviert. Wo ist denn der... In der Mitte, glaube ich, nicht. Dann sollen wir die mal aktivieren. Weil unser Schiff braucht ja Energie. Sonst funktioniert das alles nicht. Und wir müssen auf jeden Fall noch eine Tür bauen. So viel steht fest. Das ist mir jetzt definitiv zu wenig. So. Ähm. So, jetzt ist der aktiviert. Hatten wir... Hinten noch einen, ne? Ja. Den möchten wir auch aktivieren. Wenn schon, denn schon. Ich mache jetzt hier hinten nochmal eine Tür rein. Warte mal, wo hatten wir das? Äh. Hier, glaube ich, ne? Uff. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte nicht auf die Dings klicken. Nein. Das ist ein bisschen nervig, dass es mittlerweile so einfriert. Ähm. Genau, hier. Türmodul. Tür. So. Eins. Hier, ja. Und jetzt hätte ich gerne eine Tür. So. Dann packen wir das direkt wieder weg. Oh, Fenster. Äh. Warte mal. Okay, so. Jetzt aber. Gut. Dann haben wir das auch. Dann haben wir hinten auch nochmal eine Tür. Nein. Ach, schön. Was ein Monster. Alter Schwede. Ich weiß nicht, warum das blau ist. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Äh. Ja, ich würde sagen, wir schicken es mal weg. Da wir ja jetzt sowieso erstmal ein bisschen unterwegs sein werden. Weil wir erstens Ressourcen farben wollen. Und wir wollen... Was wollen wir denn? Ressourcen farben? Und was wollten wir noch? Bin ich jetzt doof? Für den Granatwerfer... Äh. Was wollten wir denn? Bin ich jetzt? Bin ich jetzt blöd? Habe ich das jetzt schon wieder vergessen? Sag mal. Ich glaube, ich kriege Alzheimer. Ähm. Was wollten wir denn jetzt? Das können wir herstellen, ne? Achso, ist aus. Ach ja, wir wollten was hier. Ach, ich bin so doof. Wir wollten das Modul herstellen, ne? Genau. Äh. Eisenrohre. Und dann wollen wir, glaube ich, noch einen herstellen, ne? Genau. Zwei Stück wollten wir, glaube ich. Eis. Sechs Eisenrohre. Zwei Eisenplatten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei. So. Jawohl. 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 So. Jetzt mal gucken. Ähm. Zack. Wo packen wir das denn hin? Würde sagen, auf jeden Fall machen wir den erstmal auf die andere Seite. Also, ich würde den hier entpacken. Hier entpacken wir dann quasi. Uff, der braucht ein bisschen. Oh, der braucht auch zwei. Da hin. Den machen wir dann auch hier hin. Und hier machen wir auch den Granatenwerfer hin. So. Ja, keine Muni... Hä? Keine Munition? Wieso keine Munition? Habe ich doch reingepackt, oder? Warte mal. Ähm. Haben wir... Haben wir... Doch, Munition muss doch da sein, oder? Wir haben... Doch, Pistolenmunition. Haben wir die Granatwerfermunition auch schon drin? Ja, 278. Alter Schwede. So, das reicht. Äh, was wollten wir noch? Warum rostet das hier so? Hä? Was ist denn hier los? War das vorher schon so? Rostet unser Schiff, oder was ist hier los? Was sagt denn hier unsere Energie? Plus 25. Ja, ist ja supi. So, da sind wir geschützt durch die... Genau. Hier sind wir geschützt durch den... Okay, das sollten wir vielleicht ändern. Wir sollten den vielleicht... Kann ich den nochmal abbauen? Tieren setzen? Und den dann dahin, oder so? Ja, das ist, glaube ich, besser. Genau, dann ist der nämlich komplett geschützt. So, dann haben wir hier nochmal ein Pistolentum. Wird vielleicht nochmal ein Schrotflintenturm hinten zwei Stück bauen. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Jetzt sind wir doch am Umbauen. Wollte doch eigentlich auch Ressourcenfarming betreiben. Gucken wir mal. Kriegen wir nochmal zwei Schrotflintentürme? Die kosten uns was? Schauen wir mal eben. Wo sind sie denn? Hier. Kupferschrauben. Haben wir, glaube ich, ne? Können wir davon noch zwei herstellen? Oh, irre. Irre. So. Die holen wir uns mal eben. So, lass mal gucken. Also. Schrotflintenturm. Gut. Dann. Die bauen wir ein... Hä, das ist doch kein Schrotflintenturm. Doch. Anscheinend ja. Und, äh, ein auf der anderen Seite, ne? Würde ich sagen. Ich weiß. Bin noch nicht ganz sicher, ob das passte. Weil wir ja noch so viel... Gut. Wir haben ja hier noch Platz, ne? Müssen wir mal schauen. So, dann haben wir hier, hier, hier. So, hier vorne haben wir nur da eine Waffe und hier nichts. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwie... ...Pistolenturm bauen. Würde ich jetzt mal machen. Glaub ich. Nur zur Sicherheit. Ähm. Können wir direkt bauen. Ach, guck mal an. Gut, dass wir so viele Ressourcen im Voraus gebaut hatten. Das ist natürlich supi. So, also. Pistolenturm legen wir mal mit. Und dann... Ich bin gespannt, wenn wir erstmal angegriffen werden. Was soll uns da noch passieren? So, weil dann sind wir nämlich hier auch geschützt. Weil sonst wären wir nämlich da total ungeschützt. Und... Was wollte ich sagen? Ich wollte noch eine Tür bauen, eine weitere. Und zwar, wir haben jetzt da auf der Seite vorne eine Tür. Und hier eine Tür, ne? Der Weg ist halt so weit. Na gut, komm. Wir lassen das erstmal. Gucken uns das mal von außen an, wie das aussieht. Und, äh... Lass mal schauen. So. Die beiden würde ich auch noch wechseln. Ach, das ist das Lager, ne? Obwohl, das ist eh geschützt. Ach, jetzt habe ich das alles in der Tasche. Verdammt. Nein! Mist. Jetzt habe ich das aus Versehen alles in der Tasche drin. No. Jetzt packe ich das alles wieder da rein. So, warte. Äh, hier. Zack, 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 Zack. So. Gut. So, dann lass mal ein bisschen ein paar Ressourcen holen. Und, äh... Alter, was ist ein Mofa? Alter, ist das ein Mofa? Lecko funny. Vielen Dank.